Terror in Deutschland. Drei Jahrzehnte hält die Rote Armee-Fraktion die Bundesrepublik in Atem. Mit Anschlägen, Entführungen, Morden. Während ich hier spreche, hören irgendwo sicher auf die schuldigen Täter zu. Eine kleine Gruppe linker Rebellen. Im Kampf gegen den Staat. Benutzt und bekämpft von Geheimdiensten aus aller Welt. Eine Belastungsprobe, nicht nur für die Bundesrepublik. Es ist das historisch entscheidende Jahr 1989. In Berlin fällt die Mauer. Was viele nicht mehr für möglich hielten, wird Realität. Die beiden deutschen Teile finden wieder zusammen. Helmut Kohl wird gefeiert als Kanzler der Einheit. Es geht um Deutschland. Es geht um Einigkeit und Recht und Freiheit. Die über Jahrzehnte fest zementierten politischen Verhältnisse des Kalten Krieges weichen auf. Das Land steht vor völlig neuen Möglichkeiten und Herausforderungen. Für die Rote Armee Fraktion ist die Wende ein schwerer Schlag. Die DDR, ihr ideologischer Bezugspunkt, der Teil des Landes, in dem der Sozialismus schon gelebt wird, ist Vergangenheit. Als die DDR aufgelöst wurde, als die DDR angegliedert wurde an die Bundesrepublik Deutschland, hatte die RAF niemanden mehr. Hatte keine Ideologie mehr, die hier in der Bundesrepublik Deutschland greifen könnte. Doch wer ist die RAF in diesem deutschen Schicksalsjahr 1989 überhaupt? Wer sind die Köpfe, die Strategie und die Zielrichtung bestimmen? Seit einer Reihe von Festnahmen von Mitgliedern der zweiten Generation in den 80er Jahren, wissen die Ermittlungsbehörden nicht mehr, wer sich hinter der sogenannten dritten Generation der RAF verbirgt. Es gibt überhaupt keine bekannten Leute mehr. Die Versuchungen sind alle raus und vor. Es gibt neue Leute. Also Phantome, die wir nicht kennen. Das BKA geht davon aus, dass die Kommando-Ebene ungefähr zwölf Terroristen umfasst. Diejenigen, die seit Mitte der 80er Jahre auf Fahndungsplakaten zu sehen sind, gehören größtenteils wohl gar nicht zur RAF-Führungsebene. Und auch der Verfassungsschutz tappt weitgehend im Dunklen. Die RAF agiert im Verborgenen, ohne von Ermittlern oder Geheimdiensten aufgespürt zu werden. Es gelangt dem Verfassungsschutz nicht, wirklich den Kernbereich nachrichtendienstlich zu penetrieren, wie wir im Fachjargon dies nennen. Nur vereinzelt sind Namen bekannt. Birgit Hogefeld und Wolfgang Grams sind zwei von ihnen. Im BKA wird vermutet, dass sie sich nach ihrem Abtauchen der RAF angeschlossen haben und jetzt zu den führenden Köpfen der Gruppe gehören. Die beiden sind als Paar aus der Wiesbadener Szene bekannt. Dort hatten sie sich in der Roten Hilfe engagiert. Eine Organisation, die sich einsetzt für bessere Haftbedingungen von RAF-Gefangenen. Birgit Hogefeld und Wolfgang Grams tauchen Mitte der 80er Jahre unter. Seitdem werden sie international per Haftbefehl gesucht. Einziger Anhaltspunkt der dritten Generation, das sogenannte Maipapier, in dem die RAF die Bildung einer antiimperialistischen Front in Westeuropa propagiert. Die haben ja mit den sogenannten Maipapieren für eine neue Positionsbestimmung gesorgt, in der der Antiimperialismus, das heißt die Bekämpfung von industriellen und technologischen Konzernen, von Militärs, von Industriemanagern und so weiter an die Spitze rückte. Das war wirklich ein ganz anderes Vorgehen, eine ganz andere Ausrichtung. Es geht um die Internationalisierung des Kampfes, um eine enge Zusammenarbeit mit anderen europäischen Terrorgruppen, wie der Action Direct in Frankreich, den Cellule Communiste Combattante in Belgien oder den Roten Brigaden in Italien. Es gibt einen Austausch von Waffen, Pässen und Geld. Zum neuen Gegner im internationalen Kampf werden militärische Einrichtungen der NATO sowie ihre Repräsentanten erklärt. Mehr als wir einfach gedacht haben, waren die Terrororganisationen, Aktion Direct in Frankreich und die italienische Brigade Rosso waren die schon verwoben. Einmal ideologisch, sie hatten etwa die gleichen Zielrichtungen und zum Teil auch in der Logistik. Die neue Offensive fordert ihre Opfer auch in Deutschland. Es trifft vor allem Manager der Rüstungsindustrie. So wird im Februar 85 MTU-Chef Ernst Zimmermann in seiner Wohnung bei München erschossen. Zimmermanns Unternehmen stellt Triebwerke her für den Tornado-Kampfjet und Motoren für den Leopard-Panzer. Am 8. August 85 detoniert auf der Frankfurter US Air Base ein mit Sprengstoff präpariertes Auto. Zwei Soldaten werden getötet, elf Menschen verletzt. Dann kam so die Idee auf, jetzt erst recht und jetzt greifen wir die Amerikaner an und dann wird Deutschland als Kumpane der Amerikaner dann vollständig entlarvt. Die Täter hatten zuvor den US-Soldaten Edward Pimentel getötet, um mit seinem Ausweis auf das Militärgelände zu gelangen. Der Mord an Pimentel wurde harsch kritisiert aus dem Umfeld der RAF, weil man gesagt hat, nur um hier eine Karte für die amerikanischen Einrichtungen zu bekommen, einen Ausweis zu bekommen, einen GI umzubringen. Das liegt nicht in dem strategischen Ziel der RAF. Er ist kein Repräsentant des Imperialismus. Der nächste Anschlag trifft Siemens-Manager Karl-Heinz Beckurz. Zusammen mit seinem Chauffeur Eckhard Groppler wird er im Juli 86 auf einer Landstraße bei München durch einen Bombenanschlag getötet. Im Bekennerschreiben macht die RAF Beckurz verantwortlich für die Ausbeutung, Vernichtung und Verelendung von Millionen von Menschen. Im Oktober 86 folgt der Anschlag auf den Diplomaten Gerold von Braunmühl. Er wird vor seinem Haus in Bonn erschossen. Braunmühl ist eher ein Mann aus der zweiten Reihe. Das ist eben ganz banal, nicht jetzt in seiner Funktion, sondern in der Möglichkeit, ihn zu treffen, weil nicht bewacht oder so. Dieses Entsetzen oder diese Frage der Angehörigen, dass die diese Banalität einfach gar nicht akzeptieren können, das kann ich auch verstehen. In ihm sehen die Täter eine zentrale Figur des aggressiven BRD-Staatsapparats in seiner Funktion als Kernstaat der politischen Formierung Westeuropas. Braunmühl war gar nicht zuständig für den Bereich, den man ihm zugeschrieben hat. Aber ich meine, auch wenn es andere gewesen wäre, wäre es natürlich nicht zu rechtfertigen gewesen. Es war eine absolute Verehrung, ein letztes Aufbäumen. Im November 89 folgt ein Anschlag auf den Vorstandschef der Deutschen Bank, Alfred Herrhausen. Seine Limousine wird auf dem Weg ins Büro, in die Luft gesprengt. Herrhausen stirbt noch am Tatort. Sein Fahrer überlebt schwer verletzt. Herrhausen war sicherlich einer der fortschrittlichsten, liberalsten Bankiers, den die Republik hatte. Ein Mann, der überhaupt nicht als Feindbild taugte. Das Kommando Henning-Behr erklärt die Auswahl seines Opfers. Durch die Geschichte der Deutschen Bank zieht sich die Blutspur zweier Weltkriege und millionenfacher Ausbeutung. Und in dieser Kontinuität regierte Herrhausen an der Spitze dieses Machtzentrums der deutschen Wirtschaft. Trotz individueller Grausamkeit, eine Gemeinsamkeit haben die Anschläge der dritten Generation. Am Tatort gibt es so gut wie keine Spuren. Eine Ermittlung der Attentäter ist damit fast unmöglich. Als Serie, in der Fülle, in der Kombination, ist das ja doch etwas, was einen wirklich zum Nachdenken zwingen muss. Weil so etwas passiert nicht zufällig. Dass man eigentlich nichts herausbekommt. Warum bekommt man nichts heraus? Und das könnte dafür sprechen, dass wir es dort zumindest mit der Kooperation von professionalisierteren Tätergruppen oder Tatpersonen zu tun haben, als sie zuvor im Rahmen der RAF Dinge verübt haben. Ein weiterer rätselhafter Anschlag ereignet sich Ostern 91 in Düsseldorf. 23.30 Uhr. Das Arbeitszimmer von Detlef Carsten Rohwedder, dem Präsidenten der Treuhandanstalt, ist hell erleuchtet. Drei Schüsse fallen. Schon der erste trifft den Treuhandchef tödlich. Noch in der Mordnacht rekonstruieren die Ermittler die Tat, bestimmen den Einschusswinkel des Schusses. Der Mörder stand im gegenüberliegenden Schrebergarten. Schussdistanz 63 Meter. Im Schrebergarten finden sich Patronenhülsen. Über sie lässt sich der Waffentyp bestimmen, mit dem auf Rohwedder geschossen wurde. Ein NATO-Standardgewehr aus belgischer Produktion. Mit derselben Waffe wurde kurz zuvor ein Anschlag auf die amerikanische Botschaft in Bonn verübt. Auch hier fand man ein Bekennerschreiben der RAF. Außerdem findet die Spurensicherung ein blaues Handtuch, ein Fernglas und ein Bekennerschreiben. Das Kommando Ulrich Wessel beschimpft Rohwedder als brutalen Sanierer, der tagtäglich über Leichen gehe und mit seiner Brutalität und Arroganz Millionen von Arbeitsplätzen im Osten vernichte. Wer war Rohwedder? Und warum wurde er zum Opfer der RAF? Detlef Carsten Rohwedder ist seit August 1990 Präsident der Treuhandanstalt. Und damit der Mann, der die sozialistische Planwirtschaft im Osten der Republik umwandeln soll, in eine soziale Marktwirtschaft. 8000 Betriebe der ehemaligen DDR sollen privatisiert werden. Viele Unternehmen werden an Investoren aus dem Westen verkauft. Das stößt auf Protest. Die Menschen im Osten bangen um ihre Arbeitsplätze. Rohwedder war personalisiert, das kapitalistische System, das die Errungenschaften des Sozialismus auf dem Boden der DDR im Sinne der Kapitalisten abwickelt. Insofern lag es auf der Hand, dass Rohwedder letztendlich die einzige Person überhaupt noch sein könnte, gegen die die RAF einen Anschlag durchführt. Aufgrund seiner Position gilt Treuhandchef Rohwedder als hochgefährdet. Er wird ins Konzept 106 des BKA aufgenommen. Sein Haus in Düsseldorf wird aufwendig gesichert. Das war ein Fahndungskonzept, das darauf ausgerichtet war, dass die zuständigen Stellen zu diesen Opfern hingehen, das Umfeld abklären, Nachbarn ansprechen. Wenn hier jemand auftaucht als Vermessungstrupp, wenn da irgendjemand kommt, will ein Paket abgeben, nach irgendjemand fragen, dann wendet euch bitte an die zuständige Stelle und gebt dies als Information ab, damit wir, das ist die Idee, bei diesem Opfer warten können, bis der Anschlag vorbereitet wird. Trotz höchster Gefährdungsstufe wird nur das Untergeschoss des Hauses mit Panzerglas versehen. Das Arbeitszimmer im ersten Stock bleibt ungesichert. Die Täter nutzen ganz gezielt genau diese Lücke. Ich gehe aber davon aus, dass die äußeren Bedingungen bei Rohwetter ganz intensiv ausgespäht worden sind. Und dass man auch seinen Tagesablauf sicherlich kannte und wusste, wann er dann nach oben die oberen Stockwerke geht. Und dann hat man halt gewartet. Schade, dass die ganzen Ausspähungen nicht erkannt worden sind. Die Präzision der Tatausführung gibt Rätsel auf. War die RAF hier allein am Werk? Oder gab es professionelle Unterstützung durch einen Geheimdienst, etwa durch Stasi-Veteranen? Es steht nach wie vor der Verdacht im Raum, dass es eine maßgebliche Unterstützung, vielleicht sogar in Auftraggebung von Kräften des Ministeriums für Staatssicherheit oder ehemaligen Kräften gegeben hat. Doch was wäre das Motiv? Inwiefern ist Rohwetter ein Störfaktor aus Sicht ehemaliger Stasi-Leute? Rohwetter kämpft in der Treuhand massiv gegen sogenannte neue Seilschaften. Im Wust der Privatisierungsvorgänge tauchen immer wieder alte DDR-Allianzen auf, denen der rigide Kurs des Treuhandschefs ein Dorn im Auge ist. Viele Leute haben so in den letzten Monaten gemeint, die Treuhandanstalt sei so eine Art Selbstbedingungsladen, wo man hingeht und wo man nun also mal billig ein Schnäppchen tun kann. Und die merken, dass sich das hier gedreht hat, dass wir hier eine große Zahl von Top-Leuten beschäftigen, die bis drei zählen können. Und das Schnäppchen machen wird hier schwerer. Wer könnte ein Motiv, ein Interesse daran gehabt haben, Rohwetter zu beseitigen? Die wollten damit wegschießen den Mann, der halt die Treuhandanstalt leitet. Und damit das Aushängeschild war für den Ausverkauf dessen, was angeblich dem DDR-Volk gehört hat. Und in dieser Hinsicht trafen sich die noch vorhandenen RAF-Mitglieder mit nicht unerheblichen Kräften in der ehemaligen DDR, die entweder in der SED waren oder im MFS waren. Die stimmten darin überein. Also da gab es so etwas wie eine ideologische Komplizenschaft. Und insofern ist natürlich die Vermutung naheliegend, ob nicht von zwei Seiten an dieser Mordaktion gedreht worden sein könnte. Gab es so etwas wie eine Allianz von RAF und Staatssicherheit? In der Behörde zur Aufbewahrung ehemaliger Stasi-Akten findet sich eine Verbindung zwischen den führenden Mitgliedern der RAF und dem Geheimdienst der DDR. Bereits 1979 stehen die als RAF-Kommandoebene geltenden Wolfgang Grams und Birgit Hogefeld unter Beobachtung der Staatssicherheit. Akribisch wird alles über sie gesammelt. Dokumente über Grenzübertritte von Grams und Hogefeld legen nahe, dass sie häufig einreisten in die DDR. Unter ihrem Klarnamen. Eine Spur führt nach Wartin in Brandenburg, wo eine Spezialeinheit der Staatssicherheit zu Ostzeiten auch mit NATO-Gewehren schoss. Hier wurden auch RAF-Leute an Waffen ausgebildet. Hogefeld und Grams werden von der Stasi im Operativvorgang Stern 1 geführt. Stern 1 ist der Deckname für aktive RAF-Kämpfer. Wurden auch sie in der DDR im Schießen geschult? So ließe sich erklären, dass die RAF im Fall Rohwedder mit äußerster Präzision vorgehen konnte. Haben die RAFler in der DDR ihre Technik professionalisieren können und gelernt, bei Anschlägen Spuren zu vermeiden? Zehn Jahre nach dem Mord an Rohwedder macht der Fall noch einmal Schlagzeilen. Dank einer neuen Technik ist es dem BKA gelungen, die am Tatort gefundenen Haare aus dem blauen Handtuch zweifelsfrei zuzuordnen. Sie gehören zu Wolfgang Grams. Doch ob Grams den tödlichen Schuss abgegeben hat und dies tatsächlich mit Unterstützung der Staatssicherheit tat, ist nicht erwiesen. Der Fall Rohwedder ist wie alle Morde der dritten Generation bis heute nicht aufgeklärt. Ein neues Kapitel im Verhältnis von Staat und RAF beginnt im Januar 92. Justizminister Klaus Kinkel ist durch deutsche Gefängnisse gereist, hat Gespräche geführt mit Inhaftierten der RAF. Er entwickelt die Idee, sich nach Jahren der Konfrontation auf die RAF zuzubewegen. Der Staat kann und darf sich nicht erpressen lassen. Er muss wehrhaft sein und seine Bürger schützen und schützen können. Aber, was ich jetzt sage, habe ich mir sehr wohl überlegt. Aber, er muss auch dort, wo es angebracht ist, zur Versöhnung bereit sein. Seine Erkenntnis? Immer wieder hatte die Kritik an den Haftbedingungen für neue Unterstützer der RAF gesorgt. Die Kinkel-Initiative hat ja genau in diese Richtung gezielt, indem man gesagt hat, wir gehen strategisch gegen diese Situation vor. Wir entlasten diese Momente. Wir geben der RAF keine Chance mehr, über eine Mitleidskampagne, Häftlingskampagne, hier an neue Mitglieder zu kommen. Minister Kinkel erntet für seinen Vorschlag nicht nur Applaus, sondern auch harsche Kritik. Ich habe ja dann diese Versöhnungsinitiative gestartet, die ja nicht nur freundlich aufgenommen worden ist. Unter dem Motto, mit Terroristen versöhnt man sich nicht. Das Wort habe ich damals bewusst gewählt, weil sie in der Politik, so habe ich das immer nachträglich ausgedrückt, so sehe ich sollten, als sie mit Ketschwerts arbeiten müssen, auch den RAF-Terroristen damals gegenüber. Die Initiative des Ministers bleibt nicht ohne Wirkung. Im April 92 folgt die Reaktion der RAF. In der sogenannten Gewaltverzichtserklärung kündigt sie an, wir haben uns entschieden, dass wir von uns aus die Eskalation zurücknehmen. Das heißt, wir werden Angriffe auf führende Repräsentanten aus Wirtschaft und Staat einstellen. Dann kam drei Monate darauf von der RAF die Erklärung, dass man nicht mehr die Angriffe gegen Repräsentanten des Staates vornehmen wolle. Und es rätselten alle, heißt das wirklich, dass die RAF von der Gewalt abschwört oder nicht? Gewalt gegen Menschen? Nein. Gegen Sachen aber schon noch. Im April 93 sprengt die RAF im hessischen Weiterstadt den Neubau eines hochmodernen Gefängnisses in die Luft. 120 Millionen Mark Schaden. Die Täter hatten im Vorfeld das wachhabende Personal gewarnt. Menschen kommen nicht zu Schaden. Doch auch in diesem Fall können die Urheber des Anschlags nicht ermittelt werden. Im Herbst 92 dann endlich ein Durchbruch für die Fahnder. Der Verfassungsschutz Rheinland-Pfalz meldet, mit einem V-Mann zu arbeiten, der Kontakte zur Kommandoebene der RAF hat. Die Tatsache, dass es dem rheinland-pfälzischen Verfassungsschutz gelungen ist, einer kleinen Verfassungsschutzbehörde, wirklich eine menschliche Quelle, einen V-Mann in ganz nahe, man könnte aus der heutigen Sicht dann hautnah an einem Mitglied der Roten Armee Fraktion zu platzieren, hat alle überrascht. Beim BKA setzt man große Hoffnungen auf den V-Mann Klaus Steinmetz. Im Herbst 92 reist er nach Paris und trifft eine gewisse Christine-Louise Mathieu. Hinter dem Decknamen verbirgt sich Birgit Hogefeld. Hogefeld und Steinmetz verabreden ein weiteres Treffen im April. Im mecklenburgischen Bad Kleinen. Hier wollen die Ermittler zugreifen. Steinmetz wird ein Peilsender mit auf Reisen gegeben. Eingebaut in einen Laptop. Auch ein Personensender wird installiert. Über ihn können die Ermittler hören, was gesprochen wird. Ein besonderes Problem war, dass die Quelle von der geplanten, produzeilichen Aktion nichts wissen durfte. Wieder Informationen der Quellenführer. Wenn er erführe, dass da irgendwas im Busche ist, dass da eine Festnahme geplant sei, würde er sofort abbrechen und die Sache käme nicht zustande. Das heißt, wir hatten also zwei gegenüber zu beachten. Einmal die möglicherweise ankommende, gesuchte Person und auf der anderen Seite den Informanten, die Quelle. Und dann auch für deren Schutz sorgen. Also nicht nur, dass er nichts, wenn es wirklich zu etwas kommt, den Schutzwechsel oder so, den in Sicherheit zu bringen. Und das machte die ganze Geschichte natürlich unheimlich schwierig. Lockvogel Steinmetz macht sich auf den Weg nach Bad Kleinen. Den Bahnhof haben die Ermittler präpariert mit Observationstechnik. Überall sind Kameras installiert. Nun lauern sie, ob Steinmetz' Verabredung auch wirklich kommt. Steinmetz kam dann in Bad Kleinen an, ausgestiegen, Bahnhofshochplatz gegangen und da kam eine weibliche Person dazu. Und diese weibliche Person war ja Birgit Hogefeld. Die beiden fahren weiter nach Wismar, mieten eine Ferienwohnung. Die Ermittler überwachen den Standort und warten auf eine günstige Zugriffssituation. Am dritten Tag hören sie über den Sender, wie Hogefeld und Steinmetz sich von den Vermietern verabschieden. Hierbei fällt der entscheidende Satz. Wir treffen noch Freunde. Zu dem Zeitpunkt hatte ich schon den Zugriff freigegeben. Die GSG 9 stand bereit mit Einsatzfahrzeugen und Zugriffstrupps und war schon praktisch im Anfahren. Gedacht war, heranzufahren, die Frau von der Straße zu pflücken und ihn weitergehen zu lassen und weg. Als wäre eine völlig stille Geschichte gewesen, so wie sie geplant war. Doch der Einsatzleiter stoppt den Zugriff, lässt Terroristin und V-Mann ziehen. Die Fahnder müssen hinterher. Die ist nicht zu verantworten. Zu verantworten. Ich muss doch in jedem Augenblick die Risiken auch sehen, aber in diesem Augenblick sind nur die Chancen gesehen. Die Chancen bestanden in der Tat, dass noch der eine oder andere aus dem Kommandobereich der RAF möglicherweise dort als potenzieller Treffpartner anzutreffen gewesen wäre. Aber die Risiken, die ja eben in der völligen Veränderung des Einsatzkonzeptes ja doch bestanden haben, die hätte man genauso ernsthaft gewichten müssen. Und dann hätte man auf eine solche grundlegende Veränderung der Einsatzstrategie verzichten müssen. Wieder geht es nach Bad Kleinen, diesmal ins Bahnhofslokal. Gegen 14 Uhr stößt ein weiterer Mann hinzu. Die Ermittler mutmaßen, es ist Wolfgang Grams. Aufgrund der Beschreibung und der Umstände war für uns klar, das kann eigentlich nur der Wolfgang Grams sein. Die drei bestellen Mittagessen. Der Einsatzleiter gibt den Befehl zum Zugriff. Die Gruppe soll den Bahnhof Bad Kleinen nicht mehr verlassen. Es sollte auf dem Bahnstag kein Zugriff stattfinden, denn da kommen auch Unbeteiligte und schon gar nicht im Zug. Also blieb letztendlich durch die örtlichen Gegebenheiten nur der Zugriff im Tunnel. Die GSG 9 macht sich bereit. Der Truppführer entscheidet sich für einen Zugriff ohne gezogene Waffe. Die Männer tragen keine Schutzwesten, sind als Sportler getarnt, um nicht aufzufallen zwischen den Reisenden. Sie hatten ja beantragt, dünnere Westen für sommertaugliche Einsätze zu bekommen. Und es wurde ihr ja von der Beschaffungsstelle des Innenministeriums gesagt, solange die dicken noch nicht aufgebaut sind, gibt es keine dünnen Westen. Sodass die Kollegen dort ohne Westen im Sommer auf dem Bahnsteig standen. Um 15.13 Uhr verlassen Hogefeld, Grams und Steinmetz das Café, gehen in Richtung Unterführung. Auf dem Bahnsteig ist ein GSG 9-Mann postiert. Er meldet Ausgang. Dann ein Funkspruch des Einsatzleiters. Wenn Zugriff erfolgt, kontrolliert den Kadett, ordnet er an. Hier passiert ein Fehler beim Bedienen des Funkgeräts. Das war ein technisches Problem. Dieser Funkspruch sollte lauten, wenn Zugriff erfolgt. Und durch diese kurze Synchronisationszeit im Funkgerät, oder aber zu spät draufgedrückt, ist dieses Wenn verschwunden. Und deswegen blieb nur Zugriff erfolgt. Auch der GSG 9-Mann auf dem Bahnsteig hört den verkürzten Funkspruch. Er denkt, der Zugriff sei gelaufen und bewegt sich in Richtung Unterführung. Damit macht er den Weg frei hoch zum Bahnsteig. Am Fuße der Treppe stößt er auf Wolfgang Grams. Wenn Sie eine gesuchte Person sind, mit einem hohen Aufmerksamkeitsgrad in Ihrer Umgebung, und es kommt eine einzelne Person auf Sie zu, sieht Sie, und der erkennt Sie, dass Sie gesucht sind, da zuckt etwas. Und das hat wahrscheinlich Wolfgang Grams wahrgenommen. Die GSG 9ler im Tunnel sehen ihren Kollegen zu früh die Treppe runterkommen, lösen den Zugriff aus. Doch Grams scheint vorgewarnt und rennt die Treppe hoch zum Bahnsteig. Das hat nicht klappen können von Anfang an. Konnte Grams reagieren. Hätte die GSG 9 mit Waffen in der Vorhalte dort agiert, dann hätte Grams keine Chance mehr gesehen. Aber eine Truppe ohne Waffen auf sich zurennen zu sehen, da hat Grams dann den Entschluss gefasst zu fliehen. Das war ja auch für ihn erfolgreich. Grams dreht sich um und schießt. Der erste der Verfolger, Michael Nefzrela, wird tödlich getroffen. Ein weiterer GSG 9-Mann verletzt. Im Tunnel werden Hogefeld und der V-Mann verhaftet. Grams bewegt sich schießend rückwärts über den Bahnsteig in Richtung Gleis. Von einem Schuss getroffen, kippt er rückwärts auf die Schienen und bleibt regungslos liegen. Zwei GSG 9-Männer springen ins Gleis und richten die Waffe auf ihn. Zehn Sekunden dauert der gesamte Schusswechsel. Was in dieser Zeit genau passiert, ist bis heute nicht lückenlos geklärt. Wenige Tage später wird ein Ermittlungsverfahren gegen zwei GSG 9-Beamte eröffnet. Der Auslöser? Eine Kioskverkäuferin will gesehen haben, wie auf den Wehrlos im Gleis liegenden Grams geschossen wurde. War es vorsätzliche Tötung? In einem langwierigen Verfahren werden die Waffen aller Tatbeteiligten untersucht, um zu klären, wie ist Wolfgang Grams zu Tode gekommen. Als am 1. Juli 1993 Bundesinnenminister Rudolf Seithers zurücktritt, glaubt die Republik, in Bad Kleinen sei ein Staatsmord geschehen, für den der Minister jetzt die Verantwortung übernehme. Im Zusammenhang mit dem polizeilichen Einsatz in Bad Kleinen und seiner Aufarbeitung sind offensichtlich Fehler, Unzulänglichkeiten und Koordinationsmängel innerhalb von Bundesbehörden deutlich geworden. Es gibt in Deutschland zu Recht den Begriff der politischen Verantwortung. Wer soll diese politische Verantwortung übernehmen, wenn nicht ein Minister? In der Öffentlichkeit herrscht Verwirrung. Offiziell wird von zwei Festgenommenen in Bad Kleinen gesprochen. Doch Zeugen haben drei Leute am Bahnhof gesehen. Der Grund? Der Verfassungsschutz besteht darauf, dass öffentlich die Anwesenheit des V-Mannes Steinmetz nicht preisgegeben werden darf. In dem Moment, wo wir nicht mit dem V-Mann raus konnten, war natürlich die ganze Sache Suspekt. Letztendlich musste der V-Mann der Preis gegeben werden. Und wir haben von vornherein gesagt, wir können die Tatsache, dass hier ein V-Mann beteiligt ist, nicht verheimlich. Der V-Mann ist das höchste Gut. Die Quelle ist das höchste Gut. Der Quellenschutz wird in einer Weise absolut gesehen. Und gegenüber einer menschlichen Quelle, jetzt karikiere ich das etwas, ist die Aufklärung eines schlichten Mordes ja doch völlig nachhängig. Der Abschlussbericht der Staatsanwaltschaft Schwerin kommt zu dem Schluss, Wolfgang Grams hat in Bad Kleinen Selbstmord begangen. Das Verfahren gegen die GSG 9 Beamten wird eingestellt. Doch der lückenlose Ablauf des Geschehens am Bahnhof konnte nicht rekonstruiert werden. Zu viele Ungereimtheiten ranken sich um den Fall. In ihrem Abschlussbericht listet die Bundesregierung zehn große Kapitel mit Mängeln und Versäumnissen im Fall Bad Kleinen auf. Dennoch, die Aktion gilt als erfolgreicher Schlag gegen die RAF. Doch es dauert noch fünf Jahre, bis sich die RAF selbst auflöst. In einem achtseitigen Schreiben verkündet sie, das Projekt Stadtgerilla ist jetzt Geschichte. Das Bundeskriminalamt hat es offiziell bestätigt, das RAF-Schreiben ist echt. In dem Brief hatte die Rote Armee-Fraktion gestern ihre Selbstauflösung bekannt gegeben. Nach Ansicht der Bundesregierung kann dies aber nicht als Schlussstrich unter den RAF-Terror gewertet werden. Trotz des offiziellen Endes, die RAF sorgt weiter für Diskussionsstoff. Auch im politischen Berlin. 2007 entflammt eine Debatte darüber, wie der Staat sich gegenüber ehemaligen RAF-Terroristen verhalten soll. Konkreter Anlass? Das Gnadengesuch von Christian Klar bei Bundespräsident Horst Köhler. Klar sitzt zu diesem Zeitpunkt seit 22 Jahren in Haft. Er war natürlich ein nach innerlich leuchtender, aber durch diese lange Haft doch gebrochener, nicht melancholisch, aber vorsichtiger Mensch. Eher zart, nicht kämpferisch. Und man sieht, was so viele Jahrzehnte Haft aus einem Menschen machen. Klar wurde verurteilt wegen neunfachen Mordes und elffachen Mordversuches. Mindesthaftdauer 26 Jahre. Er gilt als führendes Mitglied der zweiten Generation der RAF. Man macht ihn unter anderem verantwortlich für die Morde an Siegfried Buback und Hans-Martin Schleyer. Sollen Ex-Terroristen bereuen? Öffentlich Gewalt und Terror abschwören? Soll das die Bedingung sein für eine vorzeitige Haftentlassung? All diese Fragen werden rund um das Thema Gnadenakt diskutiert. Es war nicht so, dass ein Bundespräsident oder ein Ministerpräsident, wenn er also über so eine Gnadenentscheidung zu verfügen hat, dass der also nun sagen konnte, also da haben wir so persönlich das Gefühl, der muss jetzt raus oder so, sondern das ging nur im rechtsstaatlichen Rahmen, also in den gesetzlich vorgesehenen Rahmenbedingungen. Die Nation ist gespalten. Manche fordern öffentliches Abschwören von jeglicher Gewalt. Dass man dem Bundespräsidenten schon sagt, dass jedenfalls nach unserer Überzeugung eine große Mehrheit der Bevölkerung wenig Verständnis hat, wenn man mit einem Verbrecher der RAF so freundlich umspringt. Andere wollen die Hand zur Versöhnung ausstrecken. Wenn unsere Demokratie noch irgendeinen Rest von Rechtsempfinden hat, dann ist jemand, der seine Strafe abgebüßt hat, entsühnt. Und dafür gibt es, wenn dieses Recht nicht besteht oder wenn man dann nicht ermöglicht, einem solchen Menschen wieder willkommen zu heißen. Der war ja, ist ja an der Rückkehr interessiert. Der ist ja nicht mit dem Panzer losgefahren oder mit irgendwelchen heimtückischen Maschinenpistolen unterm Arm, sondern da ist jemand zurückgekehrt und hat für diese Taten gebüßt. Und wenn er gebüßt hat, dann muss die Gesellschaft die Hand reichen. Bundespräsident Horst Köhler lehnt das Gnadengesuch nach langer Bedenkzeit ab. Christian Klar kommt erst 2010 frei, nach 26 Jahren Haft. Anders der Fall von Brigitte Mohnhaupt. Bei ihr entscheidet das Oberlandesgericht Stuttgart, sie nach Verbüßen der Mindesthaftstrafe von 24 Jahren aus dem Gefängnis zu entlassen. Von ihr gehe keine Gefahr für die Allgemeinheit mehr aus. Monhaupt wurde 84 verhaftet und wegen Mordes unter anderem an Generalbundesanwalt Buback, Jürgen Ponto und Arbeitgeberpräsident Schleyer zu fünfmal lebenslänglich verurteilt. So kommt die einstige Anführerin der zweiten Generation der RAF frei und wird damit behandelt wie jeder andere Straftäter auch, ohne jegliches Sonderrecht. Bis auf zwei Täter kommen alle lebenslänglich Verurteilten der RAF vorzeitig frei. In den 90er Jahren öffnen sich die Gefängnistore für eine Reihe von Inhaftierten der Gruppe. Und im Juni 2011 wird dann auch Birgit Hogefeld als Letzte in die Freiheit entlassen. Doch Ruhe um die RAF will nicht einkehren. Zwölf Jahre nach ihrer Auflösung gerät die Gruppe 2010 wieder in den Fokus der Öffentlichkeit. Die Frage, wer erschoss Generalbundesanwalt Siegfried Buback, wird neu gestellt, an historischem Ort, in Stuttgart-Stammheim. Der Prozess wird geführt gegen Verena Becker. Er soll klären, inwieweit auch sie beteiligt war an der Tat 1977. Im April 1977 sind Buback und sein Fahrer Ziel eines Anschlags der Rote Armee-Fraktion. Von einem Motorrad aus, das dicht neben Bubacks Auto an einer Karlsruher Straßenkreuzung hält, war er durch Schüsse durch die Autoscheibe tödlich getroffen worden. Einen Monat nach dem Anschlag werden Verena Becker und Günter Sonnenberg in Singen nach einem wilden Schusswechsel festgenommen. Dabei wird die Tatwaffe sichergestellt, mit der der Anschlag auf den Generalbundesanwalt verübt wurde. Ebenso ein Schraubenzieher, der zum Tatmotorrad gehört. Trotz dieser eindeutigen Indizien wird Becker nicht wegen möglicher Tatbeteiligung angeklagt. Eine mögliche Beteiligung von Verena Becker an dem Attentat auf Generalbundesanwalt Siegfried Buback und seine beiden Begleiter, wofür vieles spricht, ist nicht Gegenstand dieses Verfahrens. Dass Verena Becker im Besitz der Tatwaffe des Buback-Attentats war, nämlich einer bestimmten Heckler und Koch, einer bestimmten Maschinenpistole. Und das allein hätte bereits ein massiver Grund sein müssen, um zu überlegen, ob Verena Becker nicht an der Ausführung des Buback-Attentats beteiligt gewesen war. Und sie hätte dafür vor Gericht gestellt werden müssen. Für die Bundesanwaltschaft sind die Tatverdächtigen andere. Günter Sonnenberg, Christian Klar und Knut Volkerts. Trotz belastender Indizien keine Anklage von Verena Becker. Die Frage ist, warum? Das will auch Michael Buback wissen, der Sohn des getöteten Generalbundesanwalts. 2007 meldet sich Ex-RAF-Mitglied Peter-Jürgen Bog bei ihm. Bog war in die Planungen des Attentats 77 eingeweiht. Er lässt Buback wissen, die für den Mord verurteilten seien nicht die wahren Täter. Es ist schon erstaunlich, dass ein Terrorist uns auf solche Unstimmigkeiten hinweist, dass wir das nicht von zuständiger Stelle hören. Dann tauchten plötzlich immer mehr Hinweise auf eine Frau auf. Und das war beunruhigend. Buback fällt auf, zu viele Zeugen vom Tatort sagten kurz nach dem Anschlag aus, eine zierliche Person auf dem Beifahrersitz des Motorrads gesehen zu haben. Doch dieser Spur ging die Polizei nicht nach. Es hat offenbar massive Kräfte gegeben, 1977, und zwar relativ kurz nach dem Buback-Attentat, die die Aufmerksamkeit sofort gelenkt haben auf drei männliche Täter. Und von vornherein dazu beitragen wollten, auch nur das Infragekommen einer Täterin in Abrede zu stellen. Die Frage ist, wird Verena Becker von staatlicher Seite bewusst geschützt? Auf Druck von Buback Junior werden die Ermittlungen gegen Becker neu aufgenommen. Dabei gerät auch eine bislang geheime Information an die Öffentlichkeit. Becker war Informantin des Verfassungsschutzes. Offiziell wurde sie 1980 im Gefängnis angeworben und hat umfangreich Aussagen gemacht. Der Verfassungsschutz hatte den Eindruck, dass sie in einer psychisch labilen Verfassung sich befand. Und der Verfassungsschutz hat nach Prüfung aller Umstände natürlich die Kontaktmöglichkeiten genutzt. Und dabei ist es dann im Verlauf der nächsten Monate, etwa bis zum Frühjahr 1981, zu einer Reihe von Gesprächen gekommen. Das Bundesamt für Verfassungsschutz beteuert, vor 80 keinen Kontakt zu Becker unterhalten zu haben. Doch stimmt das? Oder gab es eine Verbindung bereits vor dem Buback-Anschlag 77? Diesen Verdacht könnte ein Vermerk von 1978 aus dem Archiv der Stasi-Unterlagenbehörde stützen. Es liegen zuverlässige Informationen vor, wonach die B seit 1972 von westdeutschen Abwehrorganen wegen Zugehörigkeit zu terroristischen Gruppierungen bearbeitet bzw. unter Kontrolle gehalten wird. Der Vermerk lässt auf eine frühe Zusammenarbeit Beckers mit dem Verfassungsschutz schließen. Wusste man bei den bundesdeutschen Behörden von dem geplanten Anschlag und nahm die Tat sehend in Kauf, um die Quelle nicht zu verlieren? Wir wären glücklich gewesen, wenn wir eine V-Person gehabt hätten. Und wir hätten niemals zugelassen, dass uns die V-Person etwa von einem bevorstehenden Mord berichtet hat und wir nichts getan hätten. Das Urteil im Verfahren gegen Verena Becker ergeht 2012. Die Richter kommen zu dem Schluss, sie sei am Attentat gegen Buback zwar beteiligt gewesen, ein unmittelbarer Beitrag zur Tatausführung kann ihr jedoch nicht nachgewiesen werden. Der Prozess hinterlässt einen schalen Nachgeschmack. Verschwundene Beweismittel, gesperrte Akten und schweigende Verfassungsschutzbehörden erzeugen das Gefühl, der Wahrheit noch immer nicht nahe gekommen zu sein. Der Selbstschutz staatlicher Institutionen steht offenbar höher als das Aufklärungsinteresse der Justiz. Und das ist jedenfalls ein Eindruck, den man in einer Reihe von Fällen hat gewinnen können. Und das wäre natürlich prekär, wenn dem tatsächlich so gewesen sein sollte. Die meisten ehemaligen Mitglieder der RAF schweigen. Doch auch von Seiten der Behörden gibt es noch längst keine hundertprozentige Bereitschaft, alle Kapitel des erfolgreichen Kampfes gegen den Terror offen zu legen. Ich war mir ziemlich sicher, dass es in diesem Prozess auf jeden Fall nicht rauskriegen würden. Weil diejenigen, die das wissen könnten und wissen, einfach nichts sagen. Und wenn man sie noch zehnmal vor das Gericht zieht, dann ist da immer noch so dieses, wir halten zusammen. Ja, also da bricht keiner aus. Also die juristische, die gerichtliche Wahrheit ist nicht identisch mit der historischen Wahrheit. Das heißt, was historisch rauskommt, kann erheblich abweichen von dem, was ein Gericht zuvor festgestellt hat. Und das ist natürlich eine beklemmende und beunruhigende Diskrepanz. Und die gibt es in vielen, in zahlreichen RAF-Händen. Die Geschichte der RAF. Wie aus Weltverbesserern Mörder werden, die den Sinn für die Wirklichkeit verlieren. Und wie ein Rechtsstaat die eigenen Grenzen verletzt im Kampf gegen den Terror. Und Deutschland, es geht um Einigkeit und Recht und Freiheit. Die über Jahrzehnte fest zementierten politischen Verhältnisse des Kalten Krieges weichen auf. Das Land steht vor völlig neuen Möglichkeiten und Herausforderungen. Für die Rote Armee Fraktion ist die Wende ein schwerer Schlag. Die DDR, ihr ideologischer Bezugspunkt, der Teil des Landes, in dem der Sozialismus schon gelebt wird, ist Vergangenheit. Als die DDR aufgelöst wurde, als die DDR angegliedert wurde an die Bundesrepublik Deutschland, hatte die RAF niemanden mehr. Hatte keine Ideologie mehr, die hier in der Bundesrepublik Deutschland greifen könnte. Doch wer ist die RAF in diesem deutschen Schicksalsjahr 1989 überhaupt? Wer sind die Köpfe, die Strategie und die Zielrichtung bestimmen? Seit einer Reihe von Festnahmen von Mitgliedern der zweiten Generation in den 80er Jahren, wissen die Ermittlungsbehörden nicht mehr, wer sich hinter der sogenannten dritten Generation der RAF verbirgt. Es gibt überhaupt keine bekannten Leute mehr. Die Versuchungen sind alle raus und vor. Es gibt neue Leute, also Phantome, die wir nicht kennen. Das BKA geht davon aus, dass die Kommando-Ebene ungefähr zwölf Terroristen umfasst. Diejenigen, die seit Mitte der 80er Jahre auf Fahndungsplakaten zu sehen sind, gehören größtenteils wohl gar nicht zur RAF-Führungsebene. Und auch der Verfassungsschutz tappt weitgehend im Dunklen. Die RAF agiert im Verborgenen, ohne von Ermittlern oder Geheimdiensten aufgespürt zu werden. Es gelangt dem Verfassungsschutz nicht, wirklich den Kernbereich nachrichtendienstlich zu penetrieren, wie wir im Fachjargon dies nennen. Nur vereinzelt sind Namen bekannt. Birgit Hogefeld und Wolfgang Grams sind zwei von ihnen. Im BKA wird vermutet, dass sie sich nach ihrem Abtauchen der RAF angeschlossen haben und jetzt zu den führenden Köpfen der Gruppe gehören. Die beiden sind als Paar aus der Wiesbadener Szene bekannt. Dort hatten sie sich in der Roten Hilfe engagiert. Eine Organisation, die sich einsetzt für bessere Haftbedingungen von RAF-Gefangenen. Birgit Hogefeld und Wolfgang Grams tauchen Mitte der 80er Jahre unter. Seitdem werden sie international per Haftbefehl gesucht. Einziger Anhaltspunkt der dritten Generation, das sogenannte Maipapier, in dem die RAF die Bildung einer antiimperialistischen Front in Westeuropa propagiert. Das Konzept ist ja doch bestanden an. Die hätte man genauso ernsthaft gewichten müssen. Und dann hätte man auf eine solche grundlegende Veränderung der Einsatzstrategie verzichten müssen. Wieder geht es nach Bad Kleinen, diesmal ins Bahnhofslokal. Gegen 14 Uhr stößt ein weiterer Mann hinzu. Die Ermittler mutmaßen, es ist Wolfgang Grams. Aufgrund der Beschreibung und der Umstände war für uns klar, das kann eigentlich nur der Wolfgang Grams sein. Die drei bestellen Mittagessen. Der Einsatzleiter gibt den Befehl zum Zugriff. Die Gruppe soll den Bahnhof Bad Kleinen nicht mehr verlassen. Es sollte auf dem Bahnstag kein Zugriff stattfinden, denn da kommen auch Unbeteiligte und schon gar nicht im Zug. Also blieb letztendlich durch die örtlichen Gegebenheiten nur der Zugriff im Tunnel. Die GSG 9 macht sich bereit. Der Truppführer entscheidet sich für einen Zugriff ohne gezogene Waffe. Die Männer tragen keine Schutzwesten, sind als Sportler getarnt, um nicht aufzufallen zwischen den Reisenden. Sie hatten ja beantragt, dünnere Westen für sommertaugliche Einsätze zu bekommen. Und es wurde ihr ja von der Beschaffungsstelle des Innenministeriums gesagt, solange die Dicken noch nicht aufgebraucht sind, gibt es keine dünnen Westen. Sodass die Kollegen dort ohne Westen im Sommer auf dem Bahnsteig standen. Um 15.13 Uhr verlassen Hogefeld, Grams und Steinmetz das Café, gehen in Richtung Unterführung. Auf dem Bahnsteig ist ein GSG 9-Mann postiert. Er meldet Ausgang. Dann ein Funkspruch des Einsatzleiters. Wenn Zugriff erfolgt, kontrolliert den Kadett, ordnet er an. Hier passiert ein Fehler beim Bedienen des Funkgeräts. Das war ein technisches Problem. Dieser Funkspruch sollte lauten, wenn Zugriff erfolgt. Und durch diese kurze Synchronisationszeit im Funkgerät, oder aber zu spät draufgedrückt, ist dieses Wenn verschwunden. Und deswegen blieb nur Zugriff erfolgt. Auch der GSG 9-Mann auf dem Bahnsteig hört den verkürzten Funkspruch. Er denkt, der Zugriff sei gelaufen und bewegt sich in Richtung Unterführung. Damit macht er den Weg frei hoch zum Bahnsteig. Am Fuße der Treppe stößt er auf Wolfgang Grams. Wenn Sie eine gesuchte Person sind, mit einem hohen Aufmerksamkeitsgrad in Ihrer Umgebung, und es kommt eine einzelne Person auf Sie zu, sieht Sie, und der erkennt Sie, dass Sie gesucht sind, da zuckt irgendetwas. Und das hat wahrscheinlich Wolfgang Grams wahrgenommen. Die GSG 9ler im Tunnel sehen ihren Kollegen. Wenn Sie eine gesuchte Person sind, mit einem hohen Aufmerksamkeitsgrad in Ihrer Umgebung, und es kommt eine einzelne Person auf Sie zu, sieht Sie, und der erkennt Sie, dass Sie gesucht sind, da zuckt irgendetwas. Und das hat wahrscheinlich Wolfgang Grams wahrgenommen. Die GSG 9ler im Tunnel sehen ihren Kollegen zu früh die Treppe runterkommen, lösen den Zugriff aus. Doch Grams scheint vorgewarnt und rennt die Treppe hoch zum Bahnsteig. Das hat nicht klappen können von Anfang an. Konnte Grams reagieren. Hätte die GSG 9 mit Waffen in der Vorhalte dort agiert, dann hätte Grams keine Chance mehr gesehen. Aber eine Truppe ohne Waffen auf sich zurennen zu sehen, da hat Grams dann den Entschluss gefasst zu fliehen. Das war ja auch für ihn erfolgreich. Grams dreht sich um und schießt. Der erste der Verfolger, Michael Nefzrela, wird tödlich getroffen. Ein weiterer GSG 9 Mann verletzt. Im Tunnel werden Hogefeld und der V-Mann verhaftet. Grams bewegt sich schießend rückwärts über den Bahnsteig in Richtung Gleis. Von einem Schuss getroffen, kippt er rückwärts auf die Schienen und bleibt regungslos liegen. Zwei GSG 9 Männer springen ins Gleis und richten die Waffe auf ihn. Zehn Sekunden dauert der gesamte Schusswechsel. Was in dieser Zeit genau passiert, ist bis heute nicht lückenlos geklärt. Wenige Tage später wird ein Ermittlungsverfahren gegen zwei GSG 9 Beamte eröffnet. Der Auslöser? Eine Kioskverkäuferin will gesehen haben, wie auf den wehrlos im Gleis liegenden Grams geschossen wurde. War es vorsätzliche Tötung? In einem langwierigen Verfahren werden die Waffen aller Tatbeteiligten untersucht, um zu klären, wie ist Wolfgang Grams zu Tode gekommen. Als am 1. Juli 93 Bundesinnenminister Rudolf Seithers zurücktritt, glaubt die Republik, in Bad Kleinen sei ein Staatsmord geschehen, für den der Minister jetzt die Verantwortung übernehme. Im Zusammenhang mit dem polizeilichen Einsatz in Bad Kleinen und seiner Aufarbeitung sind offensichtlich Fehler, Unzulänglichkeiten und Koordinationsmängel innerhalb von Bundesbehörden deutlich geworden. Es gibt in Deutschland zu Recht den Begriff der politischen Verantwortung. Wer soll diese politische Verantwortung übernehmen, wenn nicht ein Minister? In der Öffentlichkeit herrscht Verwirrung. Offiziell wird von zwei Festgenommenen in Bad Kleinen gesprochen. Doch Zeugen haben drei Leute am Bahnhof gesehen. Der Grund? Der Verfassung. Doch ob Grams den tödlichen Schuss abgegeben hat und dies tatsächlich mit Unterstützung der Staatssicherheit tat, ist nicht erwiesen. Der Fall Rohwedder ist wie alle Morde der dritten Generation bis heute nicht aufgeklärt. Ein neues Kapitel im Verhältnis von Staat und RAF beginnt im Januar 92. Justizminister Klaus Kinkel ist durch deutsche Gefängnisse gereist, hat Gespräche geführt mit Inhaftierten der RAF. Er entwickelt die Idee, sich nach Jahren der Konfrontation auf die RAF zuzubewegen. Der Staat kann und darf sich nicht erpressen lassen. Er muss wehrhaft sein und seine Bürger schützen und schützen können. Aber, was ich jetzt sage, habe ich mir sehr wohl überlegt. Aber er muss auch dort, wo es angebracht ist, zur Versöhnung bereit sein. Seine Erkenntnis? Immer wieder hatte die Kritik an den Haftbedingungen für neue Unterstützer der RAF gesorgt. Die Kinkel-Initiative hat ja genau in diese Richtung gezielt, indem man gesagt hat, wir gehen strategisch gegen diese Situation vor. Wir entlasten diese Momente. Wir geben der RAF keine Chance mehr, über eine Mitleidskampagne, Häftlingskampagne, hier an neue Mitglieder zu kommen. Minister Kinkel erntet für seinen Vorschlag nicht nur Applaus, sondern auch harsche Kritik. Ich habe ja dann diese Versöhnungsinitiative gestartet, die ja nicht nur freundlich aufgenommen worden ist. Unter dem Motto, mit Terroristen versöhnt man sich nicht. Das Wort habe ich damals bewusst gewählt, weil sie in der Politik, so habe ich das immer nachträglich ausgedrückt, so sehe ich sollten, als sie mit Ketschwärts arbeiten müssen, auch den RAF-Terroristen damals gegenüber. Die Initiative des Ministers bleibt nicht ohne Wirkung. Im April 92 folgt die Reaktion der RAF. In der sogenannten Gewaltverzichtserklärung kündigt sie an, wir haben uns entschieden, dass wir von uns aus die Eskalation zurücknehmen. Das heißt, wir werden Angriffe auf führende Repräsentanten aus Wirtschaft und Staat einstellen. Dann kamen drei Monate darauf von der RAF die Erklärung, dass man nicht mehr die Angriffe gegen Repräsentanten des Staates vornehmen wolle. Und es rätselten alle, heißt das wirklich, dass die RAF von der Gewalt abschwört oder nicht? Gewalt gegen Menschen? Nein. Gegen Sachen aber schon noch. Im April 93 sprengt die RAF im hessischen Weiterstadt den Neubau eines hochmodernen Gefängnisses in die Luft. 100 eines hochmodernen Gefängnisses in die Luft. 120 Millionen Mark Schaden. Die Täter hatten im Vorfeld das wachhabende Personal gewarnt. Menschen kommen nicht zu Schaden. Doch auch in diesem Fall können die Urheber des Anschlags nicht ermittelt werden. Im Herbst 92 dann endlich ein Durchbruch für die Fahnder. Der Verfassungsschutz Rheinland-Pfalz meldet, mit einem V-Mann zu arbeiten, der Kontakte zur Kommandoebene der RAF hat. Die Tatsache, dass es dem rheinland-pfälzischen Verfassungsschutz gelungen ist, einer kleinen Verfassungsschutzbehörde, wirklich eine menschliche Quelle, einen V-Mann in ganz nahe, man könnte aus der heutigen Sicht dann hautnah an einem Mitglied der Roten Armee-Fraktion zu platzieren, hat alle überrascht. Beim BKA setzt man große Hoffnungen auf den V-Mann Klaus Steinmetz. Im Herbst 92 reist er nach Paris und trifft eine gewisse Christine-Louise Mathieu. Hinter dem Decknamen verbirgt sich Birgit Hogefeld. Hogefeld und Steinmetz verabreden ein weiteres Treffen im April. Im mecklenburgischen Bad Kleinen. Hier wollen die Ermittler zugreifen. Steinmetz wird ein Preilsender mit auf Reisen gegeben, eingebaut in einen Laptop. Auch ein Personensender wird installiert. Über ihn können die Ermittler hören, was gesprochen wird. Ein besonderes Problem war, dass die Quelle von der geplanten produzeilichen Aktion nichts wissen durfte. Wieder Informationen der Quellenführer. Wenn er erführe, dass da irgendwas im Busche ist, dass da eine Festnahme geplant sei, würde er sofort abbrechen und die Sache käme nicht zustande. Das heißt, wir hatten also zwei gegenüber zu beachten. Einmal die möglicherweise ankommende, gesuchte Person und auf der anderen Seite den Informanten, die Quelle. Und dann auch für deren Schutz sorgen. Also nicht nur, dass er nichts, wenn es wirklich zu etwas kommt, den Schutzwechsel oder so, den in Sicherheit zu bringen. Und das machte die ganze Geschichte natürlich unheimlich schwierig. Lockvogel Steinmetz macht sich auf den Weg nach Bad Kleinen. Den Bahnhof haben die Ermittler präpariert mit Observationstechnik. Überall sind Kameras installiert. Nun lauern sie, ob Steinmetz' Verabredung auch wirklich kommt. Steinmetz kam dann in Bad Kleinen an, ausgestiegen, Bahnhofshochplatz gegangen und da kam eine weibliche Person dazu. Und diese weibliche Person war ja Birgit Hogefeld. Die beiden fahren weiter nach Wismar, mieten eine Ferienwohnung. Das war eine absolute Verirrung, ein letztes Aufbäumen. Im November 89 folgt ein Anschlag auf den Vorstandschef der Deutschen Bank, Alfred Herrhausen. Seine Limousine wird auf dem Weg ins Büro, in die Luft gesprengt. Herrhausen stirbt noch am Tatort. Sein Fahrer überlebt schwer verletzt. Herrhausen war sicherlich einer der fortschrittlichsten, liberalsten Bankiers, den die Republik hatte. Ein Mann, der überhaupt nicht als Feindbild taugte. Das Kommando Henning Bär erklärt die Auswahl seines Opfers. Durch die Geschichte der Deutschen Bank zieht sich die Blutspur zweier Weltkriege und millionenfacher Ausbeutung. Und in dieser Kontinuität regierte Herrhausen an der Spitze dieses Machtzentrums der deutschen Wirtschaft. Trotz individueller Grausamkeit, eine Gemeinsamkeit haben die Anschläge der dritten Generation. Am Tatort gibt es so gut wie keine Spuren. Eine Ermittlung der Attentäter ist damit fast unmöglich. Als Serie, in der Fülle, in der Kombination, ist das ja doch etwas, was einen wirklich zum Nachdenken zwingen muss. Weil so etwas passiert nicht zufällig. Dass man eigentlich nichts herausbekommt. Warum bekommt man nichts heraus? Und das könnte dafür sprechen, dass wir es dort zumindest mit der Kooperation von professionalisierteren Tätergruppen oder Tatpersonen zu tun haben, als sie zuvor im Rahmen der RAF Dinge verübt haben. Ein weiterer rätselhafter Anschlag ereignet sich Ostern 91 in Düsseldorf. 23.30 Uhr. Das Arbeitszimmer von Detlef Carsten Rohwedder, dem Präsidenten der Treuhandanstalt, ist heller leuchtet. Drei Schüsse fallen. Schon der erste trifft den Treuhandchef tödlich. Noch in der Mordnacht rekonstruieren die Ermittler die Tat, bestimmen den Einschusswinkel des Schusses. Der Mörder stand im gegenüberliegenden Schrebergarten. Schussdistanz 63 Meter. Im Schrebergarten finden sich Patronenhülsen. Über sie lässt sich der Waffentyp bestimmen, mit dem auf Rohwedder geschossen wurde. Ein NATO-Standard-Gewehr aus belgischer Produktion. Mit derselben Waffe wurde kurz zuvor ein Anschlag auf die amerikanische Botschaft in Bonn verübt. Auch hier fand man ein Bekennerschreiben der RAF. Außerdem findet die Spurensicherung ein blaues Handtuch, ein Fernglas und ein Bekennerschreiben. Das Kommando Ulrich Wessel beschimpft Rohwedder als brutalen Sanierer, der tagtäglich über Leichen gehe und mit seiner Brutalität und Arroganz Millionen von Arbeitsplätzen im Osten vernichte. Wer war Rohwedder? Und warum wurde er Ausgang? Dann ein Funkspruch des Einsatzleiters. Wenn Zugriff erfolgt, kontrolliert den Kadett, ordnet er an. Hier passiert ein Fehler beim Bedienen des Funkgeräts. Das war ein technisches Problem. Dieser Funkspruch sollte lauten, wenn Zugriff erfolgt. Und durch diese kurze Synchronisationszeit im Funkgerät oder aber zu spät draufgedrückt, ist dieses Wenn verschwunden. Und deswegen blieb nur Zugriff erfolgt. Auch der GSG Neunmann auf dem Bahnsteig hört den verkürzten Funkspruch. Er denkt, der Zugriff sei gelaufen und bewegt sich in Richtung Unterführung. Damit macht er den Weg frei hoch zum Bahnsteig. Am Fuße der Treppe stößt er auf Wolfgang Grams. Wenn Sie eine gesuchte Person sind, mit einem hohen Aufmerksamkeitsgrad in Ihrer Umgebung, und es kommt eine einzelne Person auf Sie zu, sieht Sie, und der erkennt Sie, dass Sie gesucht sind, da zuckt etwas. Und das hat wahrscheinlich Wolfgang Grams wahrgenommen. Die GSG Neunler im Tunnel sehen ihren Kollegen zu früh die Treppe runterkommen, lösen den Zugriff aus. Doch Grams scheint vorgewarnt und rennt die Treppe hoch zum Bahnsteig. Das hat nicht klappen können von Anfang an. Konnte Grams reagieren. Hätte die GSG Neun mit Waffen in der Vorhalte dort agiert, dann hätte Grams keine Chance mehr gesehen. Aber eine Truppe ohne Waffen auf sich zurennen zu sehen, da hat Grams dann den Entschluss gefasst zu fliehen. Das war ja auch für ihn erfolgreich. Grams dreht sich um und schießt. Der erste der Verfolger, Michael Nefzreller, wird tödlich getroffen. Ein weiterer GSG Neunmann verletzt. Im Tunnel werden Hogefeld und der V-Mann verhaftet. Grams bewegt sich schießend rückwärts über den Bahnsteig in Richtung Gleis. Von einem Schuss getroffen, kippt er rückwärts auf die Schienen und bleibt regungslos liegen. Zwei GSG Neun-Männer springen ins Gleis und richten die Waffe auf ihn. Zehn Sekunden dauert der gesamte Schusswechsel. Was in dieser Zeit genau passiert, ist bis heute nicht lückenlos geklärt. Wenige Tage später wird ein Ermittlungsverfahren gegen zwei GSG Neun-Beamte eröffnet. Der Auslöser? Eine Kioskverkäuferin will gesehen haben, wie auf den wehrlos im Gleis liegenden Grams geschossen wurde. War es vorsätzliche Tötung? In einem langwierigen Verfahren werden die Waffen aller Tatbeteiligten untersucht, um zu klären, wie ist Wolfgang Grams zu Tode gekommen. Als am 1. Juli 1993 Bundesinnenminister Rudolf Seithers zurück in Bonn erschossen. Braunmühl ist eher ein Mann aus der zweiten Reihe. Das ist eben ganz banal, nicht jetzt in seiner Funktion, sondern in der Möglichkeit, ihn zu treffen, weil nicht bewacht oder so. Dieses Entsetzen oder diese Frage der Angehörigen, dass die diese Banalität einfach gar nicht akzeptieren können. Das kann ich auch verstehen. In ihm sehen die Täter eine zentrale Figur des aggressiven BRD-Staatsapparats in seiner Funktion als Kernstaat der politischen Formierung Westeuropas. Braunmühl war gar nicht zuständig für den Bereich, den man ihm zugeschrieben hat. Aber ich meine, auch wenn es andere gewesen wäre, es wäre natürlich nicht zu rechtfertigen gewesen. Es war eine absolute Verehrung, ein letztes Aufbäumen. Im November 89 folgt ein Anschlag auf den Vorstandschef der Deutschen Bank, Alfred Herrhausen. Seine Limousine wird auf dem Weg ins Büro, in die Luft gesprengt. Herrhausen stirbt noch am Tatort. Sein Fahrer überlebt schwer verletzt. Herrhausen war sicherlich einer der fortschrittlichsten, liberalsten Bankiers, den die Republik hatte. Ein Mann, der überhaupt nicht als Feindbild taugte. Das Kommando Henning-Behr erklärt die Auswahl seines Opfers. Durch die Geschichte der Deutschen Bank zieht sich die Blutspur zweier Weltkriege und millionenfacher Ausbeutung. Und in dieser Kontinuität regierte Herrhausen an der Spitze dieses Machtzentrums der deutschen Wirtschaft. Trotz individueller Grausamkeit, eine Gemeinsamkeit haben die Anschläge der dritten Generation. Am Tatort gibt es so gut wie keine Spuren. Eine Ermittlung der Attentäter ist damit fast unmöglich. Als Serie in der Fülle, in der Kombination ist das ja doch etwas, was einen wirklich zum Nachdenken zwingen muss. Weil so etwas passiert nicht zufällig. Dass man eigentlich nichts herausbekommt. Warum bekommt man nichts heraus? Und das könnte dafür sprechen, dass wir es dort zumindest mit der Kooperation von professionalisierteren Tätergruppen oder Tatpersonen zu tun haben, als sie zuvor im Rahmen der RAF Dinge verübt haben. Ein weiterer rätselhafter Anschlag ereignet sich Ostern 91 in Düsseldorf. 23.30 Uhr. Das Arbeitszimmer von Detlef Carsten Rohwedder, dem Präsidenten der Treuhandanstalt, ist hell erleuchtet. Drei Schüsse fallen. Schon der erste trifft den Treuhandchef tödlich. Noch in der Mordnacht rekonstruieren die Ermittler die Tat, bestimmen den Einschusswinkel des Schusses. Die DDR, ihr ideologischer Bezugspunkt, der Teil des Landes, in dem der Sozialismus schon gelebt wird, ist Vergangenheit. Als die DDR aufgelöst wurde, als die DDR angegliedert wurde an die Bundesrepublik Deutschland, hatte die RAF niemanden mehr. Hatte keine Ideologie mehr, die hier in der Bundesrepublik Deutschland greifen könnte. Doch wer ist die RAF in diesem deutschen Schicksalsjahr 1989 überhaupt? Wer sind die Köpfe, die Strategie und die Zielrichtung bestimmen? Seit einer Reihe von Festnahmen von Mitgliedern der zweiten Generation in den 80er Jahren, wissen die Ermittlungsbehörden nicht mehr, wer sich hinter der sogenannten dritten Generation der RAF verbirgt. Es gibt überhaupt keine bekannten Leute mehr. Die Versuchungen sind alle raus und vor. Es gibt neue Leute, also Phantome, die wir nicht kennen. Das BKA geht davon aus, dass die Kommando-Ebene ungefähr zwölf Terroristen umfasst. Diejenigen, die seit Mitte der 80er Jahre auf Fahndungsplakaten zu sehen sind, gehören größtenteils wohl gar nicht zur RAF-Führungsebene. Und auch der Verfassungsschutz tappt weitgehend im Dunklen. Die RAF agiert im Verborgenen, ohne von Ermittlern oder Geheimdiensten aufgespürt zu werden. Es gelangt dem Verfassungsschutz nicht, wirklich den Kernbereich nachrichtendienstlich zu penetrieren, wie wir im Fachjargon dies nennen. Nur vereinzelt sind Namen bekannt. Birgit Hogefeld und Wolfgang Grams sind zwei von ihnen. Im BKA wird vermutet, dass sie sich nach ihrem Abtauchen der RAF angeschlossen haben und jetzt zu den führenden Köpfen der Gruppe gehören. Die beiden sind als Paar aus der Wiesbadener Szene bekannt. Dort hatten sie sich in der Roten Hilfe engagiert. Eine Organisation, die sich einsetzt für bessere Haftbedingungen von RAF-Gefangenen. Birgit Hogefeld und Wolfgang Grams tauchen Mitte der 80er Jahre unter. Seitdem werden sie international per Haftbefehl gesucht. Einziger Anhaltspunkt der dritten Generation, das sogenannte Maipapier, in dem die RAF die Bildung einer antiimperialistischen Front in Westeuropa propagiert. Die haben ja mit den sogenannten Maipapieren für eine neue Positionsbestimmung gesorgt, in der der Antiimperialismus, das heißt die Bekämpfung von industriellen und technologischen Konzernen, von Militärs... ...morden. Während ich hier spreche, hören irgendwo sicher auf die schuldigen Täter zu. Eine kleine Gruppe linker Rebellen, im Kampf gegen den Staat. Benutzt und bekämpft von Geheimdiensten aus aller Welt. Eine Belastungsprobe, nicht nur für die Bundesrepublik. Es ist das historisch entscheidende Jahr 1989. In Berlin fällt die Mauer. Was viele nicht mehr für möglich hielten, wird Realität. Die beiden deutschen Teile finden wieder zusammen. Helmut Kohl wird gefeiert als Kanzler der Einheit. Es geht um Deutschland. Es geht um Einigkeit und Recht und Freiheit. Die über Jahrzehnte fest zementierten politischen Verhältnisse des Kalten Krieges weichen auf. Das Land steht vor völlig neuen Möglichkeiten und Herausforderungen. Für die Rote Armee Fraktion ist die Wende ein schwerer Schlag. Die DDR, ihr ideologischer Bezugspunkt, der Teil des Landes, in dem der Sozialismus schon gelebt wird, ist Vergangenheit. Als die DDR aufgelöst wurde, als die DDR angegliedert wurde an die Bundesrepublik Deutschland, hatte die RAF niemanden mehr. Hatte keine Ideologie mehr, die hier in der Bundesrepublik Deutschland greifen könnte. Doch wer ist die RAF in diesem deutschen Schicksalsjahr 1989 überhaupt? Wer sind die Köpfe, die Strategie und die Zielrichtung bestimmen? Seit einer Reihe von Festnahmen von Mitgliedern der zweiten Generation in den 80er Jahren, wissen die Ermittlungsbehörden nicht mehr, wer sich hinter der sogenannten dritten Generation der RAF verbirgt. Es gibt überhaupt keine bekannten Leute mehr. Die Versuchungen sind alle aus und vor. Es gibt neue Leute, also Phantome, die wir nicht kennen. Das BKA geht davon aus, dass die Kommandoebene ungefähr zwölf Terroristen umfasst. Diejenigen, die seit Mitte der 80er Jahre auf Fahndungsplakaten zu sehen sind, gehören größtenteils wohl gar nicht zur RAF-Führungsebene. Und auch der Verfassungsschutz tappt weitgehend im Dunklen. Die RAF agiert im Verborgenen, ohne von Ermittlern oder Geheimdiensten aufgespürt zu werden. Es gelangt dem Verfassungsschutz nicht, wirklich den Kernbereich nachrichtendienstlich zu penetrieren, wie wir im Fachjargon dies nennen. Nur vereinzelt sind Namen bekannt. Birgit Hogefeld und Wolfgang Schäuble.